Musik Moshi ist die Hauptstadt der Verwaltungsregion Kilimanjaro und hat derzeit etwa 200.000 Einwohner. Der Bus des Upendo Weißenhauses steht uns für den Aufenthalt in Moshi zur Verfügung. Damit fahren wir ins Zentrum von Moshi und besuchen als erstes Shah Industrias, einen Betrieb für heimisches Kunsthandwerk. Wir gewinnen einen Eindruck über das Schaffen der heimischen Künstler. Natürlich ist nicht alles traditionelles Kunsthandwerk. Vieles wird für den Tourismus angefertigt. Ja, wo bist du denn? Ich habe jetzt gerade, glaube ich, Verhandlungen oder was. Schön ist die. So schön ist die. Für das Mittagessen suchen wir der Salzburger Kaffee auf. Der Besitzer des Cafés hat seine Berufsausbildung in Salzburg erhalten. Ich hätte auch bitte morgen um 7.30 Uhr, dass wir alle miteinander sitzen. Frühstück. Wieder früh. Bei mir haben wir ja um 7 Uhr ungefähr Frühstück, um 8 Uhr ist aufgebaut und er hat dann was zu kündigen. Wir haben um 7 Uhr 30, dann wollen wir ein anderes Jahr, das ist ja so weit. Vor allem in der Früh. Ich habe keine Fotos, dafür sage ich, es ist ein Frühstück um 7 Uhr 30. Nein, hast du einen Geburtstag? Nein. Nein, jetzt haben wir einen schönen Tag. Nach dem Essen besuchen wir das Karanga-Technical. Das Training Center, das ist zu vergleichen mit einer Berufsschule. Englisch, Drawing, das ist praktisch das Zeichnen. In einem Raum wurde speziell für Frauen eine Nähschule eingerichtet, um den Frauen zu ermöglichen, sich durch Nähen einen Zusatzverdienst zu schaffen. Die Küche der Schule. Ugali ist ein Brei aus weißem Polenta. Kinder der Umgebung produzieren sie. Nun steht ein Besuch des Marktes von Moschi am Programm. Da Filmen und Fotografieren nicht erwünscht sind, muss Gerhard heimlich aus der Hüfte herausfilmen, die ungewohnte Perspektive und die wackeligen Bilder erklärt. Das ist unser Handy. Mein Manuel. Weinen? Wie geht es um deinem Hand? Ja, mein Freund. Mein Hunde ist gerade in meinem Shop, um in meinem Shop zu sehen. Just to see our workshop. Helga, gehen wir dafür rein zum Fleisch? Immer wieder abwehrende Gästen, die aber den Fotografen gelten. Denn Gerhards Filmerei wird nicht bemerkt. Die von den Anfabinen wird nicht mehr geblieben. Ihnen hat das Psycho, die von dir kennenlernen. Sie versuchen nicht zu nutzen. Ihr bekommt keinen Auszug. Ich kann sie nicht verhindern. Shopping der etwas anderen Art in Moshi. Vieles in Moshi spielt sich direkt auf den Gehsteigen ab. Die Straßenüberquerung ist meistens ein Hindernislauf, da in Tansania die Kraftfahrer den Vorrang gegenüber den Fußgängern haben. Gebettelt wird auf den Straßen ziemlich selten. Aviti Maningi, Hasians Bruder Musik 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 Der Autobus-Bahnhof und ein Einkaufscenter. Musik Die Nebenstraßen in Moshi. Musik Ein bunter Gecko. Moshi ist auch eine Universitätsstadt mit der von der evangelischen Kirche unterhaltenen Tumeni University auf zwei Standorten. Musik 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 Und der von der katholischen Kirche unterhaltenen Wenger University College of Education. Musik 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 Zang, 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 Zang! Wir haben kleine Geschenke für die Kinder mit. Zang, 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 Zang! Zang, 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 Zang! Zang, 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 Zang! Nachdem wir den Kindergarten besucht haben, trifft Fr. Willi bald ebenfalls ein Bruder Passians ein. Zang, 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 Zang! Zang, 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 Zang! Zang, 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 Zang! Die Töne nicht mehr. Ist er zu stark? Wir sind jetzt so relaxt. Ja, relaxt. Prost! Cheers! Was Gerhard angefangen hat und wo wir Zeugen gewesen sind von dem Schritt. Und ich sage das auf dem Bischof, weil er ist die Person, die nach der Old Diocese ist. Ich sage das auf dem Bischof. Ich sage das auf dem Bischof.